Die Headlines des Tages. Mindestens 100 Tote bei Flammen-Inferno im Irak. SPÖ-Strategiepapier von Zora geht irrtümlich an 800 Personen. Und Bundeskanzler Nehammer will aus für CO2-Speicherverbot. Mindestens 100 Menschen sind bei einem verheerenden Brand auf einer Hochzeitsfeier im Irak gestorben. Rund 150 weitere Menschen sollen verletzt sein. Dabei handelt es sich um eine vorläufige Bilanz. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass Feuerwerkskörper den Brand an einer Decke ausgelöst haben könnten. Die Decke soll leicht entflammbar gewesen sein und nicht den Sicherheitsstandards entsprochen haben. Die irakischen Behörden haben Haftbefehle gegen vier Besitzer der Location ausgestellt. Außerdem wurde ein Untersuchungsausschuss eingerichtet, welcher die genauen Umstände des Unglücks klären soll. Dass am Dienstag unbeabsichtigt an die Öffentlichkeit gelangte SPÖ-Strategiepapier von Zora hat unangenehme Konsequenzen für das Meinungsforschungsinstitut. Als Reaktion beendete der ORF seine Wahlzusammenarbeit. Parteichef Andreas Babler in einer ersten Reaktion. Es ist eine von vielen Agenturen, die sich Überlegungen macht, Vorstellungen macht, aber es ist kein SPÖ-Strategiepapier. So als Montessauer hat sich Überlegungen gemacht, so wie viele Agenturen auf uns reinkommen, Vorschläge, Überlegungen machen, aber es ist weder Beauftragung der SPÖ noch ein SPÖ-Strategiepapier. Auch kenne er das Papier nicht in seiner Gesamtheit, so Babler. Daher könne er nichts zu den als Schattenkabinett titulierten Personen sagen oder zu anderen darin enthaltenen Vorschlägen und Strategien. Am Dienstag sollte die Unterlage der SPÖ per Mail übermittelt werden, wurde aber fälschlicherweise an den falschen Verteiler mit rund 800 Empfängern versandt. FPÖ-Chef Herbert Kickl sprach von Silberstein-Methoden. Bundeskanzler Karl Nehammer drängt auf eine Abschaffung des Verbots für die geologische Speicherung von CO2 in Österreich. Das sagt er heute bei seinem Besuch in Norwegen, wo er sich gerade zu einem Arbeitsbesuch in Oslo befindet. Wir alle nehmen den Klimawandel sehr ernst und auch die Konsequenzen daraus. Wenn wir aber auch ernsthaft etwas zur Reduzierung des Klimawandels beitragen wollen und müssen, dann müssen wir eben auch beginnen. Gesetze, die zu einem Zeitpunkt geschaffen worden sind, wo man die neuen Technologien noch nicht einmal vollständig kannte, eben zu überarbeiten. Norwegen zeige die Speicherung von CO2 seit vielen Jahren vor. Nun sei es an der Zeit, dass auch Österreich das tue, sagt Nehammer. Das skandinavische Land gilt als Vorreiter im Bereich der umstrittenen CO2-Abscheidung und Speicherung. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at. – Druck auf parten – press Rektor Untertitelung des ZDF, 2020